Hallo, der GGG begrüßt alle bei Infofilm G. Der GGG hat sich einen neuen GGG Gaming Laptop bestellt, zum Gämen. Es ist das Asus Vifoburg 16 mit einem Ryzen 5, 7530 U6-Kernprozessor mit 16 GB RAM und 512 GB SSD. Dieses Gerät hat einen 16 zu 10 Monitor. GGG hat bereits ein kurzes Video produziert, bei normalen HD-Bildschirmen sieht man daher schwarze Balken links und rechts. Doch das Bildformat hat Vorteile, etwa bekommen GGGs Filmchen einen besseren Codec von YouTube. Damit sehen Let's Plays besser aus. GGG wird natürlich auch weiter auf seinem bisherigen Duiker Laptop spielen. Also zum Beispiel Super Nintendo spiele und so weiter wird GGG auf seinem alten Gerät zocken. Hier sind die Benchmark-Werte des Vifoburgs. Klarerweise ist es kein richtiger Gaming Laptop, aber es ist eine gute Verbesserung. Mit diesem Gerät kann GGG seine Feinde besiegen und bis 2037 die Weltherrschaft an sich reißen. Tja das war Infofilm G, Ende der Durchsage.